Hinterm nächsten Berg gibt's ein Waldstickel, das nicht ganz geheuer ist. Die Leute sagen, das ist ein Saugram, und das liegt an der Geschichte, die man sich zu dem Kölz verzeiht. In einem von den Dörfern außen um soll nämlich mal ein kleiner Bub krank geworden sein, und nichts hat ihm mehr helfen können. Die Krankheit ist jedem völlig unbekannt gewesen. Wie ein Witzviech ist er geworden, hat so umeinandergekaut und die Leute beleidigt, dass sie einen Ball in seinem Bett festbinden haben müssen. Erst, wie ein alterer Pfarrer davon gehört und nach dem Rechten gesehen hat, ist man draufgekommen, dass der Bub vom Teufel besessen ist. Weiß er, welche die Beste ist. Man bräuchert schät ein Sau dafür. Ein Schweindl. Egal, ob ein Lois oder ein Eber. Ein Fackel, das sogar hat er gemeint. So, wie es im Markus-Evangelium Kapitel 5 drin steht. Wenn du den Teufel nämlich mit Betten und Weihwasser austräumen willst, nachher ist das eine große Qual für den Besessner, weil sich der Teufel festgreift und nicht auslässt. Und so ein Kind überlebt das am Ende nicht. Wenn du dem Teufel aber eine Sau nicht mehr stehst, nachher kannst du ihn zwingen, dass er da reinfährt und die ganze Sache ist schnell und schmerzlos vorbei. Der Bauer, der der Vater von dem Bub war, hat dann gern eine Sau dafür hergegeben. Wollte doch, dass sein armer Bub wieder gesund wird. Und so ist nachher gekommen, dass ein Schweindl neben das Bett vom Bub hingetrieben haben. Der Pfarrer ist schon bereit gestanden und hat den Knecht dazu angehalten, dass er die Sau sofort anstechen tut, sobald der Basegeist in ihr drin ist. Dann hat er zum Austreiben angefangen. Und wirklich hat es nicht lange gedauert, da hat sich der Bub noch einmal aufgebeint, hat ausgekaucht, dass man gemeint hat, er tut seinen letzten Schnaufer an. Und im selben Moment, wie, wenn jetzt ebbs in die Sau reingefahren war, ist das Schweindl schon rivalisch geworden. Der Bauer ist ins Bett zurückgefallen und Pfeigrot ist ihm auf einen Schlag besser gegangen. Das Problem war aber, dass die Sau jetzt so gravutisch geworden ist, dass keiner mehr hat erhalten können. Das Viech ist durchs Zimmer grumpelt, das der Knecht nicht mehr erwischt hat, ist am Pfarrer zwischen die Haxen durch und führt dir aus sie. Darin ist die Mord gerade zum Haus eingegangen und regelrecht umgerissen worden, wer die Sau an ihr vorbei ins Freie ist. Wer angesenkt, ist auf und davon. Obwohl sie ja noch hinterher sind, haben sie alle miteinander bloß noch mit anschauen können, wer das Viech da in Richtung Wald gerannt ist. Die Sau mitsamt dem beisen Geist ist weg gewesen. Und so froh wie die Leute waren, dass die im Buam wieder besser gegangen ist, so verängstigt waren sie, dass sie in der Gegend jetzt ein Viech umeinander treibt, das ein Teufel im Leib hat. Wer mir dann die nächste Zeit nichts mehr gehört und gesehen hat, haben die Leute gemeint, die Sache hätte sich damit vielleicht schon erledigt. Aber da haben sie sich sauber getäuscht gehabt, weil nicht lang hat es dauert. Nachher hat man sie Geschichten verzeiht. In dem Kölz ist nimmer ganz geheuer, haben die Leute gesagt. Wenn sie den Weg entlang am Waldrand vorbeigehst, nachher kannst du drin was hören. Ein dürfs schwarz grunzen hört man aus. und wer sie in der Nacht dort vorbeitraut, der sieht im Finstern zwischen die Beine auf einmal zwei garstige Augen aufleichten. Einer aus dem Nachbardorf hat dann einmal gemeint, dass sie da bloß jemand einen Scherz erlaubt mit den Wanderern, die spart in der Nacht noch unterwegs sind. Und weil er das beweisen wollte, ist er vor der Dämmerung da reingegangen und wollte sie auf die Lauer legen, wollte den Spaßvogel eine frische Tat ertappen, wenn er die Leute erschrecken tut. Wer er aber durchs Dickicht vom Waldrand durchgewar, hat sie ihm auf der anderen Seite ein schrecklicher Anblick boh'n. Alles ist verwüstet gewesen, der boh'n aufgerissen und umgewollt, die Beine waren angenickt und selbst dicke Stimmen waren einfach in der Mitte durchbrochen. Ausgeschaut hat's, als war jemand mit der Dampfmaschine durchgefahren. Dann aber hat er die Spuren auf dem Boden entdeckt und gewusst, was da drin sein Unwesen treibt. Es waren die Spuren von einem Eber größer als die von einem Menschen waren die und so tief in Boden reingedruckt, dass er sich gar nicht ausmalen wollt, wie groß und wie schwer dies Viech hat gewesen sein müssen. Ganz schnell hat er seinen Vorsatz, dass er da drin bis zum Abend abwarten wollt, fallen gelassen und wollt so schnell und leise wie möglich wieder raus aus dem Kölz. Aber grad wird er sie wieder umdrehen wollt, hat er hinter sich einen tiefen Schwan Grunzer gehört. Sofort hat er vor schräg einen Kopf eingezogen und hat ängstlich einen Blick hinter sich geworfen und da ist gestanden. Größer als er selber war's die Sau hat mit ihre roten leichtenden Augen Kerzen grad angeschaut. Vor Wurt hat sie ihm ihre lange Hauer entgegen blickt und Dampfwolken sind ihr aus der Schnauze aus mit einem einzigen Schnapper hat dem Mann einen Kopf abbissen bevor der überhaupt gewusst hat was er jetzt machen soll und das ist bloß eine von den Geschichten die man sich über das Waldstück erzählt so ist nachher gekommen dass man das Kölz bloß mehr ein Saugram geheißen hat für das Ungeheuer aber hat hat sich auch einen Namen ausgedenkt und weil es heißt dass das letzte was ihre Opfer noch mit kriegen ein lautes grunzen ist nachdem sie sich von hinten angeschlichen hat sagen die Leute im Saugram geht der Grunzer um jedem der will erzähle die Geschichte und trotzdem gibt's immer wieder Leute die die glauben und reingänge in den Wald so wie gestern der Bäumer Franzi der im Wirtshaus behauptet hat ich tät mir das alles bloß ausdenken damit mir die Leute noch ein halbes spendieren wenn ich mit meinen Geschichten unterhalten tue dass das heutzutage keiner mehr glauben tät hat er gesagt und man schon allein daran merken kann dass alles bloß ausdenkt ist weil ja niemand wissen könnt was die Leute als letztes zum Herrn kriegen wenn noch keiner wieder lebendig zurück gekommen ist und das hätte verzeihen können als liegerten Hund hat er mich dann hingestellt weil ich nichts mehr drauf erwidert hab und um das Ganze auf die Spitze treiben hat er gemeint heut hätt er eh nix zum tun und da töt er gegen mittag einmal reinschauen in Saugraum und dann hat er noch aus Spaß gemeint wenn er da ein Schweindl um einen laufen sieht nachher lädt er uns alle zum Spassau essen ein jetzt ist mittag und pfei grad kommt er daher dabei mein Franzi ein Lanz ist er genauso wie er gehofft hab ein Stückl lass ihn noch laufen bevor er mein Grunzen zum Herrn kriegt wenn er sich dann der Schrocker umdreht dann sieht er seine Sau kein Schweindl das ihm auf alle vier Haxen hinterher lädt sondern ein ausgewachsener Mann mit einer greislichen Schweinskopf Masken und am frisch gewitzten Schlachtmesser ganz scharf geschliffen hab ich's gestern damit's gescheu schneiden tut wann schon endlich nach so langer Zeit einmal wieder einer daher kommt ich hoff ihr versteht's das ich muss das machen ich bin nämlich der Buh der vom Teufel gesessen war und das mit der Austreibung das hat nicht hingehaut was was immer damals in mi reingefahren is is immer no drin linkt mi so wie der kutschen kutschen fahrer sei pferdl lenkt und es verlangt nach opfer die geschicht mit der sau sorgt dafür dass nicht zu viel leid daher kommen und ich unstört bin bloß hin und wieder schicke ein wanderer auf den falschen weg daher oder stichelt einen zu einer mut proben an das langt gerat damit der beise geist in mir nur zum fressen kriegt es gefällt ihm wenn ich unsere opfer im letzten moment noch mit am grunzer scheider schrecken durch nachher schmeckt ihm ihr fleisch noch besser ihr seht es also ich kann gar nichts dafür ich muss das machen und ich hoff ihr verrat es mich jetzt nicht weil ansonsten satz ihr den nächsten sind